so und damit kommen zurück bei Let's Play Mass Effect 3 eine Folge nach dem verheerenden Tod von beziehungsweise was heißt verheeren oder dem Freitod von Tully und ja man hat es ein bisschen gemerkt die Folge war echt ruhig ich war danach richtig ein bisschen ja weiß ich nicht so geschockt würde ich sagen ich latsche hier nochmal ein bisschen durch die Gegend weil nämlich ich habe mir mal unser Logbuch hier angeguckt und ja da ist schwer war es geboten also das ist auch ich keine Ahnung hier wir haben hier es irgendwie geschafft ich würde mal schätzen da sind so ungefähr 25 Missionen hier da irgendwie einzusammeln keine Ahnung das sind alles Zeitquests oder weiß der Geier was nicht alles und ja das die haben wir irgendwo aufgegabelt was ich glaube wir könnten allein zu um jetzt noch mal 30 Stunden oder 30 Part um diese Zeitquests hier aufarbeiten das haben wir aber wohl nicht tun werden muss jetzt nicht unbedingt zwingen 100 Prozent pro an hier werden um irgendwann sollen wollen wir dann auch noch mal Minecraft zocken deswegen um ja Prozent da ist tot ganz schlimm ganz blöd vor allem weil sie auch in jedem Mass Effect Teil das ist habe ich mir mal so überlegt sie war in jedem Mass Effect Teil einer der Teammitglieder ähm ja die man so als NPC mit dabei hatte Gareth bei dem ist es auch noch so ich will gar nicht dran denken was noch mit Gareth passiert aber bei Talia auf jeden Fall da war es so und ja Talia ist tot irgendwie finde ich keine Ahnung schon ich bin schockiert ich bin schockiert so jetzt ähm ja was wollten wir machen wir wollten ich glaube hier wollten wir rein zu Odina und dann ja stellen sie alle übrigen Akten sicher und versehen sie sie mit einer Tentron Freigabe Commander Shepard haben sie was gefunden wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Odinas Aktivitäten fort es ist nach wie vor unklar wie er den Putschversuch vorbereiten konnte wie auch immer ich muss mit ihnen über eine andere Sache sprechen tja da bin ich gespannt die Lage der Asari Republiken hat sich zum schlechteren entwickelt das wissen wir soweit wir wissen fehlt ihrem Tegel immer noch eine wichtige Komponente die sie den Katalysator nennen nicht wahr wissen sie wo ist aha sie weiß was leider nicht aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimat Veltesia von dem nur höchste Kreise wissen aha sagen wir es kann ihnen dabei helfen den Katalysator zu identifizieren das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten ein Wissenschaftsteam wird sie dort unterstützen alles klar ja äh puh ja hier warum so geheimnisvoll wenn es so wichtig ist warum verstecken sie es selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen in der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht das wir nicht stören möchten genau das machen die Reaper auch gerade und deshalb teile ich diese Information mit ihnen verstehe ich nicht so unlogisch irgendwie ja nicht danke hier spinnst arbeiten wir jetzt zusammen die Ereignisse zwingen uns zu diesem Schritt die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos alles klar die Reaper stehen kurz davor das zu ändern ich tu was ich kann es hängen mehr Leben von ihnen ab als eine Seele sollte schultern müssen meine Gebiete begleiten sie ja da können wir uns aber auch nichts von kaufen du ganz ehrlich ähm alles klar das war schon das war schon Priorität Tessia alles klar so ja wir können natürlich nochmal nachgucken ob wir hier vielleicht noch irgendein Missionsziel mit Priorität haben nö ist das einzige alles klar äh Tessia die Asari verzweifeln langsam es wurde auch mal Zeit oder weil die Reaper ihre Systeme angreifen und haben darum ein Artefakt preisgegeben das möglicherweise den Schlüssel zur Lokalisierung des Katalysators äh ist was ist ein deutscher Satz ich weiß es nicht treffen sie ein Team von Wissenschaftlern in einem Tempel auf Tessia und untersuchen sie das Artefakt auf Hinweise ähm ja alles klar gut dann machen wir das oder verzählen wir uns nicht lange ich bin jetzt auch so langsam mal ich glaube wir sind bei Part ähm boah ich weiß es gar nicht aber es ist 75 oder so was ist das für ein Part ich weiß es nicht aber es ist auch so dass ich jetzt langsam mal wissen möchte äh wie es denn ausgeht ich werde neugierig ähm wo muss ich hin Normandy hier so kann davor gell und mit unserer Journalistin wollten wir auch nochmal sprechen das müssen wir auch noch unbedingt tun ähm wo muss ich hin hier lang klick ja so so ähm wollen wir das gleich tun ähm ja oder hier so zack Attacki Bonanza wir machen wir machen die Quest hier so dazu müssen wir raus und dann müssen wir hier rüber und dann müssen wir da drauf drücken und dann müssen wir was müssen wir dann dann müssen wir hier halt da ähm 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 Tessia geheimes Artefakt finden klingt ja spannend äh die Asari Heimatwelt wurde als Kronjuwel der Galaxie bezeichnet als Gipfel der Demokratie und schlagendes Herz galaktischer Liebe okay in ihren Republiken gibt es erstaunlich wenig Krieg, Krankheit, Gewaltverbrechen oder Hunger was einer stabilen Wirtschaft zu verdanken ist die von wohlhabenden Kolonien und Tessia gewaltiges E-Zero-Reserven unterstützt wird ähm alles klar ja weil es natürlich alles Frauen sind ne deswegen gibt es da ganz wenig Krieg wahrscheinlich Aktivität auf fast dem ganzen Planeten und der Tempel? erreichen Sie die Wissenschaftler? Liara will bestimmt mit alle Kanäle auf allen Frequenzen gestört die Mission ist höchst riskant die Sache ist zu wichtig guckt auch schon so nervös jetzt oder nie Shepard es geht um meine Heimat ich muss gehen wie gehen? dann ab zum Shuttle es geht los oh ja oh man mir schwan fürchterlich ist jetzt müssen wir Liara hier mitnehmen jetzt können wir wahrscheinlich dann Liara auch noch verlieren wir nehmen mal James mit wir nehmen wir da mit wir nehmen James nehmen wir ja wir nehmen James mit so annehmen oh auflöbeln können wir auch äh nehmen wir das hier so äh ja fangen wir so so oh ah Liara okay ähm was ist denn wichtig hier Warp Munition klingt doch spannend ja und dann ähm wir haben ja im Moment selbst glaube ich auch Warp Munition angewählt deswegen würde ich vorschlagen nicht mehr das hier so Starseil oh er passt ja hier wie Arsch auf einmal öh Dauer um 30 Prozent zack zurück so James haben wir noch äh Splittergranate ja zurück wir stelligen ja sieht auch nicht gut aus haben Sie noch etwas über dieses Artefakt? die Koordinaten der Ratsherren gehören zum Tempel von Athain meine Mutter hat mich einmal dorthin mitgenommen er ist mehrere tausend Jahre alt und aus irgendeinem Grund wird er über geheime Regierungsgelder finanziert dann sind wir auf der richtigen Spur was ist wenn wir zu spät kommen? mein Volk stirbt da unten ja denken Sie nicht daran dort wir müssen die Toten verdrängen Lieras Mutter Lieras Mutter haben wir getötet in äh Mass Effect 1 ähm was hat die damit zu tun? Benesia hat sie mitgenommen? ich war noch ein Kind und habe es für eine Geschichtsstunde gehalten aber jetzt vielleicht steckt ihr doch mehr dahinter was meinen Sie? ich habe ihre alten Akten durchgesehen sie hatte stark verschlüsselte Aufzeichnungen über diesen Ort einige davon Jahrhunderte alt die meisten kann ich immer noch nicht knacken was immer dort vorgeht es ist gut getarnt ich habe von Ihrer Mission auf Noveria gelesen war sie nicht indoctriniert? äh ja ja wir mussten sie töten und es hat sie letztlich nicht aufgehalten richtig? wie schon gesagt verdrängen sie die Scheiße verdrängen sie die Scheiße ja das ist äh äh ja ähm ja ja also haben wir jetzt wieder diese Waffe dabei verstehe ich nicht ja ich bin ja nicht warum verändert sich die Waffen wahl ständig ohne mein Zutun finde ich nicht okay hallo Bioware finde ich nicht okay finde ich wirklich nicht okay ist echt nicht schön kein netter Zug von euch das ist richtig und wer bist du? Corinne mach dir nix das ist nicht dafür wahrscheinlich das ist nicht so nicht so das ist nicht so das ist nicht so ja was ist anders geschützt und kann dann alles klar kriegen da bin ich Profite äh wo ist das Geschicht wir gucken erst mal hier blinkt was ganz garstlich so was haben wir hier so was haben wir hier umbrauch wie so alles klar ähm ja sehr gut gleich soll ich mal hier noch was ähm ja das geht ich gar nichts an was ich da mach oh 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 soll 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 ähm hallo aufhören okay jetzt Achtung jetzt ich bin am Start jetzt jetzt ähm ja so ja nur kein Stress keine Munition scheitere höh höh da hätten wir's da noch da noch so ein bisschen so kann ich nicht arbeiten na also es kommen noch mehr noch mehr hm ja komm der will doch nur spielen hier guck oh der kann doch nix oh guck mal was ist das denn haha yep hab ich gesehen du bin ja auch nicht gerade klein hättisch noch nicht alles klar und jetzt nachladen ja so jetzt aber gell jetzt können wir quatschen oder jetzt erklärst du mir mal was hier los ist immer noch nicht hey cool oh da ist noch einer so jetzt aber aah ich will den Jäger in der Luft sehen sofort stoppen sie das los wird erledigt ich brauche die Position unserer Scharfschützen jawohl ma'am Commander ich bin Lieutenant Curran wir haben sie erwartet mein Befehl lautet dieses Raster unbedingt zu halten ja ja äh Barriere abstützen aber unser Quadrant kann nicht standhalten und ich bringe meine Leute hier raus es ist wichtig wir brauchen ihre Hilfe sie müssen mir schon einen guten Grund zum bleiben geben für einen Haufen Schutt opfern wir nicht unser Leben aber um was Prozent verstehe ich jetzt kann ich ja sie hat Befehl die Stellung zu halten will aber trotzdem abziehen gewichtigt ja was hier jetzt was auch hier wir wollen zu einem Relikt im Tempel ist wichtig Schöße einer unserer Außenposten hat versucht die Wissenschaftler dort zu erreichen aber der Kontakt ist abgerissen Jäger startbereit machen sofort oh ist sie nervig oder hat auch so eine ganz unangenehme Stimme gut mir leid Commander Ihre Relikt hat so lange durchgehalten jetzt kann es auch noch ein bisschen warten ich habe heute schon genug Leute verloren ich ziehe den Rest ab nein wenn wir nicht zu dem Tempel kommen ist das hier das letzte was sie je von Tessia sehen werden Lieutenant sie sehen gerade die Auslöschung unserer Spezies wir haben keine Rückzugsgebiete mehr und sie glauben wirklich sie können das alles verhindern ja hier hauen wir mal ein bisschen auf den Putz ich habe auf Tuchanka und Run noch bereits zwei Reaper ausgeschaltet ich weiß wie es geht und was ist mit den ganzen anderen Reapern da draußen die machen wir später also wenn die keinen an der Waffel hat dann weiß ich aber auch nicht mehr um so jetzt gucke ich mal ob ich er speichern kann jetzt ich kann hier speichern und dann machen wir den Teil bis hier hin mhm alles klar jetzt quatsch uns nochmal dazwischen man kann sie wieder aufbauen kann man vielleicht wenn man will sorgen Sie sich nur die nächsten 20 Meter ja so gut hätten wir es okay ähm dann der Pfad bis hier hin und im nächsten Teil werden wir dann gucken was hier so los ist und was wir Tessia retten könnten so ob es da allen sei Schuss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal